Wir haben einen gemeinsamen Freund in Rosalie, Argentinien. Und dem würden wir jetzt ein Stück wünschen von den drei Mädels. Und dann kommt das vom Kirsch nach Argentinien. Und ihr könnt dann, wenn sie fertig spielt, kann man recht laut applaudieren, weil das soll der drüben sehen. Und der spricht übrigens so deutsch oder so strahlendisch wie wir da. Und der baut sich seine Harmonika selber. Und den haben wir wir zwei aus der Axt. Ja, das ist es für uns.